Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 22. April. Gut, wir beginnen zunächst mit einem Rückblick auf den Vortag. Wir hatten hier am Vortag den Short-Bereich zwischen 10.450 und 10.550 Punkte gehabt und genau hier haben wir auch unser Tageshoch gebildet und sind dann peng nach unten abgedreht und dann bei 10.249 Punkten mit einem kräftigen Abschlag von minus 3,99% aus dem Handel gegangen. Vorwürstlich notieren wir am heutigen Mittwoch im Bereich von 10.300 Punkten beziehungsweise knapp darunter so zwischen 10.280 und 10.300 Punkten aktuell die neuen Markierungslinien für den heutigen Mittwoch, zeige ich Ihnen jetzt im nächsten Short. Gut, für heute haben wir dann den Short-Bereich zwischen 10.340 und 10.440 Punkten und den Long-Bereich dann unverändert zwischen 10.000 und 10.100 Punkten, nämlich hier genau am offenen Gap. Dieses offene Gap dürfte dann in der nächsten Abwärtsbewegung möglicherweise sogar am heutigen Mittwoch dann erreicht werden und hier könnten dann eventuell kurzfristig Long-Positionen eingegangen werden. Am besten hier relativ nah an der dunkelgrünen Markierungslinie im Bereich von 10.000 Punkten, wo sich hier auch die Unterstützung noch befindet. Die Long-Positionen sollten aber nicht über Nacht gehalten werden, sondern im Tageshandel dann wieder schnell mit einem kleinen Gewinn verkauft werden. Wir befinden uns weiterhin im Short-Modus. Hier mit einem wichtigen Wochenchart vorliegen, den habe ich aktualisiert nach dem Kursrutsch vom Vortag. Wir hatten ja schon in der Vorwoche hier diese rote Wochenkerze gehabt. Das deutete bereits darauf hin, dass wir möglicherweise dann in der aktuellen Woche vor wieder fallenden Kursen stehen. Das ist dann auch so gekommen. Das hatten wir zuvor schon in der Vorwoche hier gehabt. Da hatte ich eigentlich schon damit gerechnet, dass wir hier unter 10.000 Punkten nach dieser roten Wochenkerze ebenfalls nach unten abdrehen. Das hat dann aber nicht stattgefunden. Im Gegenteil, wir sind dann hier mit einem Gap-Up de facto in den Handel gestartet in der neuen Woche und dann noch hochgelaufen bis 10.820 Punkte. Aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel ist es so, dass auf eine rote Wochenkerze dann auch eine zweite rote Wochenkerze folgt. Und sollten wir nun nicht in der aktuellen Woche vor einer kräftigen Erholung stehen, dann dürfen wir hier weiter abgeben und dann auch den Bereich hier von 10.000 Punkten anlaufen. Das würde so lange gelten, wie wir hier unter 10.300 Punkten uns befinden. Können wir die Marke von 10.300 Punkten wieder nachhaltig erobern, dann wäre die nächste Anlaufmarke nun bei 10.500 Punkten. Und darauf noch bitte achten, solange wir uns nun aktuell unter 10.500 Punkten befinden, dürften wir direkt weiter abgeben und keine längere Aufwärtsbewegung mehr starten. Der Bereich von 10.500 Punkten ist unsere Signalmarke aktuell. Solange wir darunter sind, ist alles im Abwärtsmodus und auch kleine kurzfristige Korrekturen im Intraday-Handel dürften dann schnell wieder auslaufen. Gut, dann wären wir erstmal wieder durch für heute. Ich melde mich dann höchstwahrscheinlich noch im Tageshandel, dann je nach Zeit mit Kommentaren unter dem Video bei YouTube. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Handel und dann am morgigen Donnerstag melde ich mich wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Auftrag des ZDF für heute.